Okay? Eins, zwei, drei, vier... Durchsage an alle Einsatzkräfte. Der Fluchtwagen des Flüchtigen flüchtet auf der L3-118 zwischen Hinterdingfingen und Leimerstedt. Klotze nicht so blöd und fahre mit ihr Lohle! Auf! Der Flüchtige versucht offenbar über den Wald zu fliehen. Über den Wald? Das ist ja auch ein Kappenstricker. Da hätt'n ja gleich, ich gib Gas! Laut Satellitüberwachung ist das Fluchtfahrzeug im Wald Richtung Süden unterwegs. Richtung Süden unterwegs? Das ist auch scheiße, da haben wir gar keine Einsatzwege. Da ist er! Gib Gas! Fertigmachen! Hier spricht Kriminalkommissar Krass. Neu heißt tatsächlich so. Hier spricht Kriminalkommissar Krass. Neu heißt tatsächlich so. Der Straftäter hat das Waldgebiet verlassen und ist wieder auf der Landstraße unterwegs. Aber wenn ihr euch gerade dran habt, könnt ihr mir beim Luigi ein Pizza und Prosciutto mit viel Zwiebeln bestellen. Wegen mir braucht ihr eh so arg viel Mozzarella drauf da. Aber viel Zwiebeln! Achso, bevor ich's vergessen, wir locken den Verbrecher in die Stadt an die Brücke. Machen wir da eine Polizeisperre. Meine sehr verehrte Amtskollegen, ich darf mich zunächst mal recht herzlich bedanken, dass Sie bei unserer heutigen Sitzung anwesend sind. Wir sind zuversichtlich, dass wir das rätselhafte Verbrecher-Genie, das derzeit im Stuttgarter Raum sein Unwesen träbt, bald fassen. Ein Großeinsatz auf der Schwäbischen Alb gestern verlief zunächst vielversprechend, bis sich rausgestellt hat, dass wir irrtümlicherweise zwei Kleinkriminelle verfolgt haben, die eigentlich bloß im Wald illegal den gelben Sackhänd verbrennen wollen. Aber es ist ja fast nix passiert. Ich hab mir die Mühe gemacht, den Ermittlungsstand nochmal für Sie zusammenzufassen. Wir gehen zunächst mal davon aus, dass es sich bei dem Gesuchten um einen Berliner Verbrecher handelt, der bereits in letzter Zeit mit Gräueltaten aufgefallen ist, die er gegen dort lebende schwäbische Bürger verübt hat. Vor allem im Berliner Stadtteil Prinzlauer Berg ist der Verbrecher durch besondere Grausamkeit aufgefallen, wo er solches Zeit gemacht hat, wie im Hausgang Bonbonpapier da rumschmeißen. Ich geb's gerade mal rum, wenn Sie's bitte weitergeben, aber wappnet Sie sich gegen die verstörende Bilder. Unser geheimnisvoller Täter ist ein absolutes Verbrecher-Genie. Barbareien wie mit Dreckschuhen Treppenhausen auflaufen kehren bloß zu seinem Basisrepertoire. Sein bisher grausamster Kuh war die Verteilung von einem gefälschten Entsorgungskalender, so dass die Schwaben in Berlin nämlich gewissten, wenn sie's Altpapier, den Biomüll usw. rausstellen müssen. Und eben diese grausame Bestie treibt jetzt hier im Stuttgarter Raum ihr Unwesen, was uns zunächst sehr schleierhaft war, aber wir sind jetzt dahinter gekommen. Seine jüngsten Übergriffe zeigen einen enger werdenden Kreis um die Schaltzentrale unserer neuesten und wichtigsten schwäbischen Erfindung, dem großartigen Internet. Ich muss Ihnen ja nicht sagen, wie wichtig dieses Internet für unser schwäbisches Prestige ist, meine Herren. Und unser vordringlichster Auftrag lautet, diesen geheimnisvollen Verbrecher daran zu hindern, die elektromagnetische Schaltzentrale des Internets, die aus Geheimhaltungsgründe im Hotel Grasdackel in Leimerstedt unterbracht ist, zum sabotieren oder gar zum zerstören. Überdies werden wir unsere Einsatzkräfte mit einer zukunftsweisenden neuen Ermittlungsmethode unterstützen, und zwar werden wir einen Wahrsager einsetzen. Der Mann ist der absolute Hammer, den haben wir auf dem Rummelplatz gefunden und der hat mir schon mal fast zwei von sechs richtige Lottozahlen vorausgesagt. Wie? 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 Wie?